Der Mirabellgarten ist die Gartenanlage des Schlosses Mirabell in der Stadt Salzburg in Österreich, in der rechten Altstadt. Gehört aufgrund seiner Gärten zu den bekanntesten Touristenzielen der Stadt. Zu ihm gehören das große und kleine Parterre, der Rosengarten, die Ornerie, den Theatergarten, der Zwergelgarten, den Bastionsgarten, sowie einige nunmehr verbaute Teile. Im Norden grenzt an den Mirabellgarten heute anstelle des abgetragenen Bollwerkes St. Vitalis der alten Stadtbefestigung der Kurgarten an. Die Gesamtanlage mit allen Nebengebäuden und Gartenbaudenkmalen 60.988 steht unter Denkmalschutz und gehört zum UNESCO-Welterbehistorisches Zentrum der Stadt Salzburg. Das große und kleine Gartenparterre. Die Neugestaltung des Mirabellgartens erfolgte in ihrer heutigen Form im Auftrag des Fürsterzbischofs Johann Ernst von Thun ab 1687, wobei der Architekt Johann Bernhard Fischer von Erlach die Leitung der Arbeiten innehatte. Die Anlage wurde um 1730 vom Architekten und Hofgarteninspektor Franz Anton Dannreiter teilweise verändert. Um das zentrale Springbrunnenbecken des großen Gartenparterres südlich des Schlosses gruppieren sich auf hohen Sockeln vier Figurenpaare, die von Ottavio Mosto 1690 geschaffen wurden. Sie symbolisieren einerseits die vier Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde, andererseits variieren sie das Thema eines Menschen, der einen zweiten trägt, um ihn zu retten, zu rauben, zu entführen oder zu besiegen. Der Raub der in Paris verliebten Helena durch denselben, wodurch der Trojanische Krieg ausgelöst wurde. Die Rettung des Entscheißes durch dessen Sohn Ineas aus dem brennenden Trojan. Die Entführung der Persephone in die Unterwelt durch Hades. Der Sieg des Herkules über den erdverbundenen Halbgott Anteus, dem hochgehoben seine aus der Erde stammenden, sonst unüberwindlichen Kräfte ausgingen. Die Marmorbalustraden um das große Gartenpater mit ihren kunstvollen Vasen wurden von Johann Bernhard Fischer von Erlach entworfen. Die im Lindenhain auf den Balustraden stehenden antiken Statuen sind 1695 bis 1689 geschaffen worden. Sie stellen acht antike männliche und acht weibliche Gottheiten dar. Saturnus eines seiner Kinder verschlingen, Bacchus mit Weintraube und Tyrosstab, Jupiter mit Krone und Adler, Mars in voller Rüstung. Im östlichen Telefon folgen Herkules mit Keule und dem Fell des nämischen Löwen, Vulkanus mit Amboss. Merkur mit Flügelhelm und Heroldstab und Apollo mit Lorbeer. Die acht Göttinnen sind Diana mit Hund und Mondsichel im Haar, Flora mit vielfältigen Blumen. Minerva mit Schild und Medusenhaupt sowie Serres mit einer Getreidegabe. Westlich folgen Pomona mit Früchten, die nackte Venus mit einem geflügelten kleinen Amor. Eine fellbekleidete Wester mit einem Feuertopf und Juno mit einer Weintraube und einem Vau. Die Figuren stammen von Bartholomeus von Obstall, Johannes Fröhlich und vermutlich auch von Gregor Götzinger und Ottavio Mosto. Die Kopien der berühmten antiken Skulptur des borgiesischen Fechters werden das äußere, künstlerisch wertvollere Paar Bernhard Michael Mandel zugeschrieben. Das innere Paar stammt von Andreas Götzinger. An den beiden Postamenten findet sich das Wappen des Salzburger Erzbischofs Johann Ernst von Thun. Die weiblichen Götterstatuen stammen ebenfalls von Andreas Götzinger. Der Apoll wurde von Johann Fröhlich, Bacchus, Jupiter, Kerkulis und Merkus von Bartholomeus von Obstall geschaffen. Die weiteren werden Bernhard Michael Mandel zugeschrieben. Die beiden Löwen und die Einhörner nächst dem Pegasusbrunnen stammen höchstwahrscheinlich aus dem Schlossgarten von Schloss Klesheim und sind wahrscheinlich ebenfalls von Bernhard Michael Mandel gefertigt. Erzbischof Leopold Anton von Firmian hat diese Figuren, die Wappentiere Ernst von Thunz in Klesheim gegen seine eigenen Wappentiere, Gesterntehirsche, ausgetauscht. Auf der alten Bastheimauer westlich des Schlosses befindet sich neben dem kleinen Gartenpater das Vogelhaus mit einer kuppelförmigen ehemaligen Voliere auf dem Dach. Die großen kunstvollen Volieren im Süden des Vogelhauses bestehen nicht mehr. Im Vogelhaus wurden einst nicht nur verschiedene Singvögel und große Greifvögel gehalten worden, sondern in winzigen Käfigen auch einige anderen Wildtiere. 1854 wurde der Mirabellgarten von Kaiser Franz Josef der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und präsentiert sich bis heute als Gartenarchitektonisches Kleinod. Die Treppenanlage vom Mirabellgarten in den Kurgarten wurde anstelle der 1818 abgebrannten Salaterrana 1894 von Franz Drobny gestaltet. Der Mirabellgarten wurde schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg zu einer besonderen Attraktion der Stadt Salzburg. Auch heute wird der Garten von unzähligen Touristen besucht. Neben der großen Fontäne und dem Pegasusbrunnen stehen im Mirabellgarten noch zwei weitere weniger bekannte Brunnen. Der Susannabrunnen, der Hans Waldburger zugeschrieben wird und nach 1700 geschaffen wurde. Und der Papagenerbrunnen mit einer Papagenerfigur von Josef Magnus. Der Pegasusbrunnen der Brunnen ist vor allem als Fotomotiv von Hochzeitspaaren bekannt. Der Innsbrucker Metallkunstgießer Kaspar Gras, ein erzfürstlich österreichischer Passierer, der auch das Denkmal von Erzherzog Leopold in Innsbruck gestaltet hatte, stellte das Werk 1661 im Auftrag von Erzbischof Guido Wald von Thun für eine Pferdeschwemme am Kapitelplatz her. Das zugehörige Wasserbecken diente einst dem praktischen Zweck, Pferde waschen und tränken zu können. Auf dem Kapitelplatz blieb das geflügelte Ross bis um 1700, dann übersiedelte die Pegasus-Skulptur zur alten Pferdeschwemme auf dem Mirabellplatz. Dieser Platz war damals im Westen von der barocken Fassade des Schlosses gegenüber von einer schmucken Kaserne. Der Neuntörnitz mit ihren Pferdemahrstellen und im Norden und Süden jeweils von mächtigen Torbögen begrenzt. Mit der Aufwertung der dortigen Pferdeschwemme wollte der jüngere Halbbruder von Erzbischof Johann Ernst von Thun damals das Umfeld seiner Sommerresidenz Mirabell kunstvoller ausgestalten. 1732 wurde diese Pferdeschwemme von Felix Anton Danreiter neu gestaltet und vergrößert, wobei der Pegasus an seinem Platz blieb. Neu hinzu kamen aber die beiden Einhörner und die beiden Löwen, die vermutlich aus Schloss Klesheim stammen und heute in der Nähe des Pegasusbrunnens im Mirabellgarten zu sehen sind. Nach dem großen Brand in der Neustadt 1818, dem nicht nur der Turm über der Hauptfassade des Schlosses, sondern auch viele Häuser am rechten Salzachufer zum Opfer fielen, musste die Pferdeschwemme mit dem Pegasus erneut weichen. Die Brosse-Skulptur wurde nun vorläufig eingelagert, man vergaß sie dabei aber bald. 1836 wollte man sie beinahe versteigern, da man ihren künstlerischen Wert und die geschichtliche Bedeutung nicht erkannte. 1842 erhielt das Flügelroß auf dem damaligen Hannibalplatz, dem heutigen Makatplatz, einen neuen Standort. Schon 1859 kam aber die Figur wieder ins Depot des neu gegründeten städtischen Museums Carolino Augusteum. Erst 1913 erinnerte man sich wieder der alten Pferdeskulptur und stellte Pegasus nun auf die aus Konglomeratsteinen aufgebaute Felsenbrücke in der Mitte eines alten runden Brunnenbeckens im Mirabellgarten auf. Hier fügt sich die Pegasus-Statue gut in ihre Umgebung mit den weiteren Statuen und Skulpturen ein. Die Skulptur zeigt Pegasus in jenem Augenblick, in dem er sich grazil in die Lüfte erhebt. So wird der Brunnen unter dem Pferd zur Quelle Hilbukräne und der kleine Fels zum Berg Helikon. Diese Quelle bekam schon auf dem Kapitelplatz einen wichtigen christlichen Bezug, in dem Pegasus auf das Kreuz der nahen Domkuppel hinblickte. Als Guido bald von Thun zum Kardinal erhoben wurde, entstand ein bekannter Stich im Auftrag des Fürsten, der das Horn der Wappentiere der Thun zeigt. In dem das Wasser der Helikonquelle am Kapitelplatz gesammelt wird, um den Strahl in einen oben geöffneten Globus zu leiten und das so den Erzbischof als Bauherrn würdigt. Damit sollte zudem die Wohltätigkeit und tätige Frömmigkeit des Erzbischofs auf Erden dargestellt werden. Auch am heutigen Standplatz blickt die Skulptur des Pegasus auf den Dom. Der Rosengarten Der Rosengarten, in der Barockzeit als großer Pomeranzengarten, angelegt, wurde um 1955 wieder in eine historische Form gebracht. Zuvor war er in der Not der Nachkriegsjahre zur Anzucht von Gemüse genutzt worden. Dieser Garten mit seinen Zier Rosenbeeten ist unmittelbar südlich des Schlosses Mirabell gelegen. Er wird von einem Gäterzaun und von 17 kunstvollen Marmorvasen begrenzt, die nach Entwürfen Fischer von Erlass geschaffen wurden. Die Ornerie Die Ornerie im Süden des Schlosses mit dem Palmenhaus neben dem großen Gartenpater entstand um 1725. Dieser Garten diente ursprünglich vor allem zur Zucht von Orangenbäumchen und anderen exotischen Ziergehölzen, die im Vorwinter ins Glashaus gebracht wurden, um den Winter frostfrei zu überstehen. In der Barockzeit galten Orangenbäume als Metapher der fürstlicher Tugend schlechthin. Die orangefarbenen Früchte dieses Zitrusbaumes wurden dabei mit den goldenen Äpfeln aus dem Garten der Hesperiden gleichgesetzt. So durfte auch im fürstlichen Barockgarten Mirabell eine Orangerie nicht fehlen. Die Ornerie im Osten des Wasserparters wurde im 20. Jahrhundert noch nach dem Zweiten Weltkrieg anderwertig genutzt und ist erst seit den 1980er Jahren wieder eine Orangerie. Dabei wurden alte Pläne von Dannreiter neu belebt. Das südliche Gebäude der Orangerie wird heute als Barockmuseum, das nördliche Gebäude nach wie vor als Glashaus genutzt. Der Zwergelgarten Der Salzburger Zwergelgarten wurde 1690 01 im Zuge der barocken Umgestaltungen des Mirabellgartens durch Johann Bernhard Fischer von Erlach im Auftrag von Erzbischof Johann Ernst Graf Thun gestaltet. Der Zwergelgarten umfasste ursprünglich 28 Zwerge aus weißem Untersberger Marmor. Die Zwerge wurden vermutlich unter einem Künstlerkollektiv unter Leitung von Ottavio Mostow und Bernhard Michael Mandel geschaffen, in dem auch Sebastian Stummfäger und Hans Schweppel mitarbeiteten. Er ist, soweit heute bekannt, der älteste Zwergengarten Europas. An vielen europäischen Fürstenhöfen waren in der Barockzeit kleinwüchsige Menschen Teil des Hofstaates, die wegen ihrer Treue und Loyalität hochgeschätzt wurden. In Salzburg war unter Johann Ernst Graf Thun und Anton Graf Harach Franz von Meichelböck ein allseits hochgeachteter Hofzwerg. Die Wiederherstellung des einst prachtvollen Zwergegartens am ursprünglichen Ort ist mittelfristig geplant. Punkt, 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 Punkt. In der Zeit der Aufklärung gerieten die Marmorfiguren missgestalteter Menschen im Mirabellgarten immer mehr in Verruf. Dem schöngeistigen bayerischen Kronprinz Ludwig I. Missfielen während der kurzen bayerischen Regentschaft über Salzburg die hier aufgestellten Marmorzwerge und wollte sie angeblich als Kalkro-Material in einen Kalkrufen werfen lassen. Der Geschäftssinn siegte aber und die Figuren wurden im Jahr 1811 versteigert. Die Zwerge gerieten danach für mehr als 100 Jahre in Vergessenheit. Erst im Jahre 1919 erinnerten sich der Salzburger Verschönerungsverein, der heutige Stadtverein, wieder an dieses Stück Salzburger Kulturgeschichte. Der Gemeinderat fasste im Oktober 1919 den Entschluss zur Wiedererrichtung des Gartens. Der Stadtverein überzeugte die Stadtväter 1923. Vorerst die verbliebenen neun im Besitz des Stadtvereines befindlichen Zwerge zuerst kurze Zeit an ihrem angestammten Platz im Zwergelgarten, dann aber zumindest in der Nähe dieses alten Gartens aufzustellen. Auch suchte man wieder Spuren der alten Zwerge und fand sie in Salzburger Hausgärten, aber auch in Bayern, im Hausruck und im Pontau. Heute findet man 15 restaurierte Zwerge noch immer nicht im alten Zwergelgarten, sondern im naheliegenden Bastionsgarten. Der barocke Zwergelgarten südlich der erhöhten Wasserbastei selbst wurde 1805 nach Plänen des bayerischen Hofgärtners Ludwig von Skel in einen englischen Landschaftsgarten umgewandelt. Auch diese Gartengestaltung ist heute nicht mehr erhalten. Der Bereich entwickelte sich durch verschiedene Eingriffe bis heute in einen insgesamt wenig gestalteten Parkbereich weiter, der heute einen Kinderspielplatz und einen Veranstaltungspavillon besitzt. Alte Pläne dokumentieren jedoch den einstigen barocken Zustand des Zwergelgartens. Er besaß einen großen mittigen Springbrunnen, dessen Becken größer war als das mittige Becken im Wasserpatter des Mirabellgartens. Um den Brunnen gruppierten sich vier weitere kleine Springbrunnen und in Buchsäcken eingefasste ornamentale Zierbeete. Im Zwergelgarten ist derzeit nächster Lodronzien-Stadtmau eine große Marmorstatue von Nikolaus Gopernikus aufgestellt, die von Josef Thorak gestaltet wurde. Das Heckentheater. Der westliche Teil des Gartens wurde vermutlich von Fischer von Erlach nach französischen Vorbildern angelegt. Gut dokumentiert ist er unter anderem durch den 1715 vom bekannten Gartenarchitekten Matthias Diesel erstellten Plänen oder jenen von Franz Anton. Dann Reiter. Er war früher noch differenzierter gestaltet als heute. Dieses Heckentheater ist eines der ältesten Naturtheater nördlich der Alpen und ältestes Heckentheater im deutschen Sprachraum. Häufig diente in Fürsterzbischöflicher Zeit dieser Ort als Aufführungsstätte für Ballette, Pantomimen und kleine Opern. In der jüngeren Geschichte gab es wiederholte Versuche ihn als Aufführungsort von Balletten und Singspielen wieder zu beleben. Angesichts der hohen Ziergehölze und des Umgebungslärmes sowie der damit verbundenen mangelhaften Akustik war diesem Bemühen bislang kein dauernder Erfolg beschieden. Derzeit konzertieren hier im Sommer öfters aber Blasmusikkapellen. Die Wasserbastei Die Wasserbastei wurde im Dreißigjährigen Krieg als Vorbastei zur großen Vitalisbastei und deren Vorwerken angelegt. Vermutlich wurde um kurz nach 1690 die Wasserbastei in den Mirabellgarten und seine barocke Gestaltung mit einbezogen. Sie erhielt dabei einen großen mittigen Springbrunnen samt kunstvoller ornamentaler Umrandung. Der Umgeben war von einem Kranz von acht ebenfalls ornamentalen Beetsanlagen zwischen den Wegen. Im Norden der Bastei befand sich bis um 1860 der wehrhafte tiefe Wassergraben der Stadtbefestigung. Im Norden der Bastei befand sich bis um 1860 die Wasserbastei befand sich 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 um Vielen Dank.